Ich habe schon wieder 7 Skillpunkte Skillpunkt erhalten Schon wieder Neufähig, das brauchst du mir nicht jedes Mal an Jetzt habe ich schon wieder 7 Skillpunkte Hä? Habe ich das nicht gerade geskillt? Auswählen Akzeptieren Akzeptieren Ok, den anderen beiden lasse ich jetzt einfach mal Hä? Machst du nicht gucken? Wir müssen also deinen Anrufer finden Aber er ist clever Seine Adresse wurde durch ein CTOS-Büro-Turm gebounced Kunden-Service, Angestellte, Manager So Sachen halt Ein Bürogebäude Wir müssen einen Weg ins System finden Du bringst mich ein? Ich gebe dir seinen Standort Ich kann an der verwundbarsten Stelle ins Gebäude Da, wo sie Lieferungen annehmen Das ist unterirdisch In dem Tunnel Da fange ich an Hey, tut mir leid, wenn ich Unhöflich gewesen bin Ich weiß, was du vorhattest Du wolltest mich einschüchtern Lehrbuchmäßig In meine Distanzzone treten Ansparen Physischer Kontakt Du hast nach Riffen gesucht Hast du welche gefunden? Würdest du sogar gerne haben Ach, wir sind ja gerade gestorben Und sind dadurch An den Ursprungsort zurück Aha Okay Dann laufe ich die ganze Wege halt nochmal Warum auch nicht? Ich habe ja auch sonst nichts besseres zu tun Ich habe ja auch sonst nichts besseres zu tun Ich habe ja auch sonst nichts besseres zu tun Sooo Dann gehen wir mal hier rüber Ähm Jim 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 Feiert kürzlichen Hochzeitstag Ah, alles Gute nachträglich Verdächtige Dateien auf dem Handy Okay Okay, jetzt gehe ich hier meinen richtigen Weg runter Und dann schauen wir uns mal was hier Woher Mir zur Sache ist Es wird Zeit, dass der Wunder umgeht Oh 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 So war das nicht geplant Boah, Alter Oh Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass da jemand steht Und ich verspreche dir ganz Äh Ja Ich verspreche dir einen noch schnelleren Tod Ich hoffe das wird funktioniert jetzt ne Ich wette, du wirst übernicht der Erde wangen Wenn du jeden kommst, kommst du wirst, da geht ihr am schnellen Tod Oh 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 Ich suche hier mal Deckung. Ich gehe mal hier in Deckung. Sie betreten ein Sperrgebiet, okay. Schauen wir mal was hier los ist. Okay, ich muss einfach den Beinen ausschalten. Er ist weg, wir sind erledigt. Haltet die Augen offen. Ich suche mal hier Deckung. Ich bin gerade ein bisschen... Ich glaube, er muss ja außen rum. Okay, wie tue ich den ausschalten? Irgendwas, mit dem ich Lärm machen könnte? Was war das hier? Moment mal, was war das? Okay... Das Handy ist nur weggelockt von mir, aber ich komme trotzdem nicht vorbei an den beiden. Da könnte noch jemand sein. Und jetzt hätte ich mal einen Pisten, die müssen wir schon versuchen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das war so klar. Wie sollte ich denn da vorbeikommen? Ich wollte den Typ mit F ausschalten, aber dann ist er aufs Auto drauf gesprungen. Okay, den ganzen bist du nochmal, diesmal ohne mich entdecken zu lassen. Wo ist er? Scheint nichts Schlimmes zu sein. Hey, wessen Handy ist es? Oh, scheiße, meins. Äh, vergesst es. Oh, okay. Ich habe besseres zu tun. Tür ist zu, das heißt wir können ihn alleine. Jetzt müsste ich ihn allerdings nochmal ablenken. Was macht der da? Ja, was macht der? Hier ist Sperrgebiet. Glaubst du, ich stehe hier zum Spaß? Pass auf, Mann! Okay. Ja genau genau das wollte ich nicht da stand warum standen da auf einmal drei da war auch nur einer warum ist da macht man schon mal nicht mit waffengewalt dann kommt man trotzdem nicht weit ich glaube ich hole mir eine mg oder sowas und renne einfach durch solche leute kriegst du einen zu viel meine fresse okay probieren wir den ganzen spaß noch mal alles klar möglicher kontakt hier das schaue ich mir genauer an fünf leute sechs leute sie würde alles klar kopfschuss kopfschuss denn ist der nächste ich würde nehmen doch lieber die waffe hier macht der ist genau hinter mir okay c einer noch und wir gehen gleich rüber okay wir haben alle ausgeschaltet ja wir hätten auch ohne gewalt durchkommen können aber ich glaube ich bin dann doch ein bisschen besser was gewalt angeht ich bin im gebäude kannst du irgendwas machen der lageplan und zweifellos mehr wach die ablenkung damit kannst du die ausrüstung von jeder wache da drin stören was für ausrüstung alles 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 okay ich versuch's kannst du die büros gehen such mir einen ungesicherten laptop hab ein Bradley Coughlin oh nein er ist der chef der sicherheit ja was auch sonst sobald ich drin bin musst du schnell sein track den anrufer und dann raus die security wird den einbruch ziemlich schnell bemerken wir haben schaltern vor drauf das ist ziemlich geil dadurch dass wir schaltern vor haben hört uns nicht das ist eine ziemlich geile waffe eigentlich und wir haben eine neue waffe den muss ich hacken scheiße wo kam das denn her der lebt immer noch oder was ok drei leute kommen noch wieso mache ich es mit waffengewalt ist mir relativ egal was die Leute hier denken komm her los ach von oben ist der tot ok ich war schon immer besser was waffengewalt angeht ein haben wir hier noch aber wo und ich glaube es war sogar so den herr habe ich gehackt die waffen kann ich komischerweise nicht einsammeln ok ja ich habe einen zugangscode auf jeden fall willkommen jetzt und hier scheinen auch keine leute mehr zu sein ich mache auch weiter mit einer normalen pistole und ich bin drin bin ich durch ja das das feuchtig und das ok so 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 hacken sie den laptop ich sag's dir das ist nicht nur werbung das blockiert meine ganze aussicht ein einziges riesiges auge jemand hat sich rein gehackt sperrt sofort das gebäude ab findet ihn ok du bist drin findest du den anrufen ich suche gerade ich suche gerade Kalif die wollen kommen die haben Hightech-Stenner die man nur schwer stören kann du musst sofort da raus du musst sofort da raus oh das ging mega schnell alter schwede ah ok ich darf nochmal rauskommen starke du bist nicht zu sehen ich geh weiter ach 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 Das kann nicht sein, ich habe vorhin besser gezielt.